Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverant Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Also wir hatten jetzt glaube ich das Rataia Turnier gewonnen, wodurch wir, hier muss ich mal selber gucken Genau, die Rüstung bekommen haben Und wir waren jetzt kurz vorm Angriff, wenn mich nicht alles täuscht, deswegen sollten wir nochmal im Gefährten gucken Da haben wir nur Stachel, ich überlege gerade, ob wir Stachel einfach mal in die Truhe packen, weil das sind 2,4 Ki, ja komm, wir packen es in die Truhe Haben wir denn Sachen, müssen unsere Sachen repariert werden eigentlich? Ne, sind gut aus, sehr gut Ähm, verliebt sind wir auch frisch, okay, dann hatten wir also wieder einen Ausflug mit unserer Geliebten, das ist gut Pfeile Ja, wir brauchen nicht mal ansatzweise so viele Pfeile 60 60 sollte ausreichen, da der Gegner immer Pfeile dabei hat Oder, ne, nicht immer, aber der Großteil, der Irgendeiner hat in der Regel schon Pfeile dabei, ne, von denen, wenn man 4 hat Was ist los? Meistens einer dabei Ähm, wie spät haben wir das überhaupt? Oh, wir haben es ja schon so spät Weil theoretisch müssen wir nach Thallenberg Weil, wir wollen ja Ähm, mit Herrn Devis Truppen Nach hier Wir können natürlich auch vorher mal Ähm, im Lager vorbeischauen, weil wir haben ja Da oben jetzt hier in Präbis Lovitz Alles platt gemacht, was man platt machen kann Das sind zwei Lager gewesen Das sind zwei Lager gewesen Einmal Banditen Einmal Kuman Und beides haben wir dem Erdboden gleich gemacht Daher hoffe ich Eigentlich, dass sich das erledigt hat Deswegen würde ich erstmal eine Schnellreise Versuchen Zum Lager Zum Lager Um mit Herrn Obwohl wir ja eigentlich schon den Befehl dazu haben, ne Also wir haben Haben ja schon einen Befehl bekommen Dass wir nach Thallenberg Sollen Um die Truppen abzuholen So, das müsste Ja Machen wir mal kurz einen Wegepunkt Ja Notfall müssen wir hier Schlafen Weil ich jetzt nachts Es ist halt Ja, nicht so schön Und wir haben keinen Falkentrank mehr, ne Oh Pferd Pferd Gutes Pferd So, wo ist Herr Ratzinger Der Schlawiner Die schlafen ja alle Hallo Sind wir durchgefahren los Hier steht kurz vorm Angriff Und keiner hält Wache Ist das ein Witz? Ja Ja Ich sehe genauso Was ist denn Herr Ratzinger? Hier ist aber auch kein Mensch, ne Mit dem wir reden können Komm, absteigen mal Wachen Soldat Also Soldaten Die schlafen Wir könnten die jetzt komplett Ausschalten Meisterbogenschutz Also Und die könnten nicht mal Was dagegen tun Wenn wir die jetzt Leise alle niedermachen würden Aber wisst ihr was Hier ist ein Bett Wir schlafen jetzt einfach Wir schlafen jetzt einfach Machen wir eine Ähm, ich würde sagen Bis Bis dahin Da sind wir ausgeruht Haben genug Energie getankt Hoffe ich Ich hab jetzt nicht geguckt Ob die dann voll ist Ja Komfort ist halt nur 30 Ne Ist nicht so schön Aber was soll's Was muss Das muss Okay Ich glaub zwar immer noch nicht Dass hier irgendwie noch Wach sein wird Um die Uhrzeit Aber wir können Richtung Thallenberg zumindest Aufmachen Ah Hier ist noch immer Keiner wach Der Ratzinger Müsste ja eigentlich Hier oder so In so einem großen Zelt schlafen Ne Da steht einfach nur Wächter Ich weiß nicht Wo der pennt Wo schläft der Unser Ober Boss Der will mir doch nicht Sagen dass er hier Schläft Auch nicht Ah da bist du Du bist so Niveau Der Herr Ratzinger Ist ne Oder der ist schon Vor Das kann natürlich auch Sehen Dass der vormarschiert Ist Aber gut Ab nach Thallenberg Soll nicht unser Problem sein Wir führen jetzt Einen Angriff durch Weiß halt nicht Was jetzt passiert Wenn da gar keiner Mehr sei Ist rein hypothetisch Ist da ja keiner mehr Die Frage ist nur Schläft er Herr Derwig noch Oder ist er schon Wach So Absteigen So Wir können mal Die Markierung Wegnehmen So Quest Wo haben wir sie Da Optionen Ja wir haben es Kommt Wir haben alles Ausgeschaltet Also wir haben die Ausgeschaltet Okay Ne Doch du bist ja Ne Stimmt Du bist der Ja Kriegs Chef Aber wo ist jetzt Der Dibbisch Hallo Oh da Der pennt natürlich Noch Was Ne Ist er nicht Ah Oben waren die Gemächer Ne Gehe mal davon aus Dass er Nicht bei seiner Frau Haben die getrennte Schlafzimmer Oder wie Hm Also ich Er ist Nicht In dem Saal In dem Zimmer Nicht in dem Zimmer Ah Na ja Können wir schon Alles brauchen wir Also nicht mitnehmen Da ist nur eine Wache Wo ist der denn Er Vielleicht doch Schon Wach Leer Leer Wo ist er Wo ist denn hier Der große Und Hast du ihn gesehen Vielleicht beim Essen Jawohl Hier hatten wir Ja schon Aufgemacht Das ist er ja nicht Ne Ist der Kamera Da will ich doch Hier unten Irgendwo rum Das muss mir doch Auf der Karte Angezeigt werden Oder nicht Habe ich das vergessen Anzuklicken Ne Sprech mit Herrn Derwig Ja Welchen finde Unten war die Warte mal Unten war doch Glaube ich Noch Die Kitchen Ne Mal kurz Hier noch Auf Hallo Hier schläft er Oh Da darf ich bestimmt Nicht Doch ich darf Ja rein Cool Ähm Der Herr sei Gepriesen Ja Mann du bist Aber schnell Wacht Möge dir Gott Im Kampf Vorbeistehen Alles gut Okay Ah Ich bin froh Dich zu sehen Hauptmann Robert Ich hoffe Heinrich Hat dir alles erklärt Hat er Aber ich kann es kaum glauben Wer könnte solch ein Kampfstarkes Heer aufstellen Und das direkt vor unserer Nase Das gilt es herauszufinden Aber wir erfahren es wohl erst nach der Schlacht Wer weiß wozu sie in ein zwei Wochen imstande sind Wenn wir sie jetzt nicht vernichten Ganz deine Meinung mein Herr Wie gehen wir vor So Junge Wir haben das Lager fast erreicht Jetzt müssen wir behutsam vorrücken Sag mir wie es rund um das Lager ist Damit ich entscheiden kann von welcher Seite wir angreifen Okay Das ist eine große Verantwortung Ich denke nicht dass ich Ich habe dir eine Frage gestellt Junge Du warst dort und hast alles gesehen Also rede Es gibt drei Wege ins Lager Den direkten Weg Dann einen langen Pfad der durch die Wälder Und über ein altes Wehr führt Und einen über eine schmale Brücke Über einen tiefen Graben Sprechen wir zuerst über den direkten Weg Klingt nach der einfachsten Herangehensweise Wie sieht es dort aus Dieser Weg führt rund um ihre Palisade Sie ist befestigt und wird bewacht Wir kämen höchstwahrscheinlich in ein Pfeilhagel Gut dass du hier bist Heinrich Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen Was ist mit dem Zugang durch den Wald und über das Wehr? Dieser Umweg durch unwegsames Gelände gefällt mir nicht Aber wenn es die bessere Variante ist Es ist ein langer Weg durch die Wälder Und dort sind Patronen Sie würden Alarm schlagen bevor wir das Lager erreichen Dachte ich mir Das ist mit dem Zugang über die Brücke Etwas eng für meinen Geschmack Die Brücke ist schmal Aber würden wir sie überwinden Wäre das der beste Ort für einen Kampf Wir müssten bloß an ein paar Bogenschützen vorbei Bester Ort für einen Kampf Aber die Brücke und die Bogenschützen Das ist keine leichte Entscheidung Jeder Weg hat Vor- und Nachteile Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet Und du wirst entsprechend belohnt werden Es klingt als sei die Brücke der beste Weg Wenn wir schnell sind Haben wir den Vorteil auf unserer Seite Mit Gottes Hilfe werden wir siegreich sein Und dazu regnet es noch Wir greifen von Süden aus über die Brücke an Wurzel Ich würde mal sagen Ich gehe vor Oh okay Ähm Ähm Äh hallo Da sind die Bogenschützen Man treffet die nicht? Warum nicht? Oh da sind wir Mehr Bogenschützen Okay reicht mir Komm wir Wir gehen so rauf Okay Hallo wo ist denn der hin? Ähm Lalalala Oh ein kleines Wüstungsset Nehmen wir doch Jagdpfeile brauchen wir nicht Jep Nehmen wir Oh ihr habt sie schön abgeschlachtet Finde ich gut Es tut mir zwar leid Aber ich muss hier leider plündern Na gut die Groschen Gehe ich nun mal mit Äh Ach egal Komm wir gehen rein Wir gehen auch rein So wer ist denn jetzt hier Feind und wer ist denn jetzt hier Freund? Das sind doch Kuman Also die Kuman Haben schon mal wertvollere Sachen dabei Oh schon vorbei Nee es geht weiter Okay ist egal Wir plündern jetzt hier nicht Hm Na Oh Brötchen Ja das mache ich doch hier Ich habe kein Schild dabei ne Ich habe mein Schild nicht angelegt Natürlich nicht Ich habe das Noch mehr Bogenschützen? Noch mehr. Aber wie komme ich zu dir hoch? Okay, ihr macht das schon. Nee, 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 nee. Ich muss irgendwie zu dem Bogenschützen da hoch. Ich kann auch mal gucken, ob ich hier noch Pfeile finde für mich. Langstreckenpfeil ist immer gut. Haben wir hier noch verbesserter Langpfeil? Ja, perfekt. Das muss ja hier irgendwie hoch. Hochheben, oder nicht? Hm. So, ich glaube, der ist tot. Haben wir hier noch irgendwelche Pfeile, die wir hier brauchen können? Hm. Ja. Wundpfeile, Spitzpfeil. Langstreckenpfeil, Wundpfeile nehmen wir noch mit. Dann gehen wir nach da oben. Komm schon. Romanbogen. Ein bisschen was können wir ja mitnehmen, wa? Wenn wir schon mal hier sind. Aua, aua, aua. Aua. Aua, aua. ein händlerschwert meine sorry aber der scheint gute ausrüstung dabei zu haben hier edle schuhe bam bam wird mitgenommen wird mitgenommen wird mitgenommen spitz pfeil 1k reich halleluja was haben die die für ausrüstung okay an den kampf kann ich mich wirklich nicht erinnern der ist ja auch nicht ohne hier nehmen nehmen ja was hatte er für ein schwert ein altes schwert was stehen die stehen wollen wir nicht okay er war okay hier der helm okay was nehmen wir jetzt ein aua ich frage mich ob ich mich an den kampf nicht erinnern kann weil ich beim wo ich mal gespielt habe hier alles niedergemacht habe vorher doch was der steht doch genau vor mir jawohl au also wirklich ein großes streit macht was 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 Woah, woah, woah! Nein, 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 nein! Headshot, äh, Headshot sag ich schon, schön in den Rücken. Ja, Treffer. Treffer. Ok, Bogenschützen sind ausgeschaltet, huff da, Halleluja. Was für ne Schlacht? Oh nee, da kommen ja noch mehr dahinter. Ah, guck mal! Wer da ist? Oh, kleiner Feigling. Und ich bin verletzt. Ei, 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 ei. Ich werde dich zerstückeln, du Bastard. Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier. Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. Wo ist mein scheiß Schwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal. Du bist doch. Leck mich am Arsch. Und ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt. Du zäher kleiner Mistkerl. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, da ist ein großer Fehler von dir her zu kommen. Ich habe noch das Schwert. Aber vielleicht hast du ja etwas geügt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Okay. Na, was ist los? Ich bin verwundet. Und du? Was? Ha! Ich höre mit dem Knüppel auf den Kopf. Ich höre mit dem Knüppel auf den Kopf. Hm. Es ist noch nicht vorbei, du Mistkerl. Wo ist mein Schwert? Was hast du damit gemacht? Redet, Bastard! Hm. Wir sehen uns in der Hölle. Hm. Aua. Was hast du damit gemacht? Nicht schlecht. Ich glaube, du vergeudest hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war's, der Neuhof überfiel. Und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihn vielleicht mehr entlocken können. Was soll's. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es waren noch ein paar von Siegesmonds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, du hast recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unser letzter Schlag. Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräuel nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Hm. Nice. Kann man jetzt hier noch ein bisschen räubern, oder? Dafür wirst du mir büßen. Hm. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr. Oh. Was? Ich habe irgendeine Quest für Tutwicht. Hm. Erzack für deine treuen Dienste hast du nun von Herrn Hanusch deine eigene Kammer auf Bug. Ich habe eine eigene Kammer bekommen. Och, wie geil. Wir haben natürlich ein bisschen was einpacken können. Gott sei Dank. Ähm. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen das mal verkaufen. Ich weiß, dass ich überlastet bin. Oh. Aber das Verkaufen machen wir, ähm, offline. Also, das müsst ihr euch ja nicht angucken. Und dann gehen wir in der nächsten Folge hoch zu Herrn, äh, Herrn, also da nach Ratai hoch in die Burg und, äh, sprechen mal mit, äh, unserem Herren. Und schauen mal, also mit Herrn Ratzik und schauen mal, wie es weitergeht. Daher danke fürs Zusehen und Schötele I Das war's für heute.